Zusammen können wir auf 24 ganz besondere AIDA-Jahre zurückblicken mit ganz vielen unvergesslichen Momenten. Und ich möchte mich jetzt einmal ganz recht herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Treue, für Ihr Vertrauen und für Ihr Lächeln, mit dem wir Sie über die Siebenweltmeere bringen konnten. Meine AIDA-Geschichte, die hat vor ungefähr 20 Jahren begonnen und ich kann mich noch an den Moment erinnern, als ich das erste Mal einen Schritt auf eins unserer AIDA-Schiffe gesetzt habe. Damals war es die alte AIDA-Blue und seitdem ist viel Zeit vergangen. Ich habe sehr viele ganz tolle Momente erlebt. Einige von Ihnen haben Sie ja schon in unserem Adventskalender gesehen, so zum Beispiel die Taufe von AIDA Perla und auch die Dienststellung von AIDA Nova. Ja, zwei wirkliche Highlights in meinem AIDA-Leben und in meiner AIDA-Karriere. Aber das letzte Highlight, das liegt noch gar nicht so lange in der Vergangenheit, ehrlich gesagt nur ein paar Tage. Und das war der Neustart auf AIDA Perla nach einer wirklich langen und schmerzhaften AIDA-Pause. Und dieses war ein ganz besonderes Gefühl, wieder mit Ihnen auf die Reise zu gehen und wieder Ihr Lächeln zu sehen. Wir legen ab auf große Reise, vergessen die Sorgen Stück für Stück. Die Welt hinter uns wird immer kleiner, volle Fahrt. Aber was waren denn Ihre besonderen AIDA-Momente? Teilen Sie diese mit uns und so können wir gemeinsam die letzten 24 Jahre feiern und dann zusammen ins 25. Jahr gehen und dort wieder ganz viele Lächelmomente erleben. Bis dann, wir sehen uns an Bord.